Genau, und jetzt... Ah! Das wäre genau das gleiche gewesen. Du musst danach in die Mitte. Du musst danach auf die Mitte und danach wieder hoch. Oh, Dena! Dena, der ist gut. Ah! Ey! Willst du mich kreuzweise f***en? Ah, ha ha ha. Hallo, ihr liebes Zelletsch. Willkommen jetzt zu einem weiteren Teil GTA Online Map Action. Ne Custom Map Action. Was laber ich da? Wir sind auf jeden Fall unterwegs in einer geilen Konstellation mit dem Dena, Barbossa und Deko. Hallöchen! 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 Grüßt euch! Geht's euch gut? Und ich habe alle eure Aufnahmen versaut, haha, weil ich ein Versprecher hatte. Was für ein Versprecher hattest du denn? Versaut, was ist sympathisch und menschlich. Yeah! Buja! Aber was für ein Versprecher hattest du denn, mein Lieber? Ja, ich habe am Anfang so einen Käse geredet, allein schon, dass du das nicht gehört hast. Also, das ist nicht in Ordnung. Ja, das ist eine geile Stunt-Map. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen Warride auf dem Bild gesehen. Wir sind mal gespannt, was für Dena und ich sind jetzt schon die Nummer 1. Oh, shit! Ich bin direkt zum Warride gefahren, ich bin rechts rum gefahren. Warum machst du das? Keine Ahnung! Ich will unbedingt einen Warride machen. Du musst korrigieren diesen. Ahhhh! Sie platzen Eder! Was nur hier Platz gibt! Nein! Nein! Nee! Nee! Ja genau! Ich wusste gar nicht, dass der Lang geht! Scheiße, mein... Lol! Lol! Ne! Es geht ab! Hört sich! Ey! Wow! Mann! Ey, der hat's geschafft! Wir haben's geschafft! Ich bin unten lang! Ich dachte, da geht's auch lang! Wo muss ich hin? Oh, ich hab's auch geschafft, Deko! Ich hab's auch geschafft! Das ist doch scheiße! Oh! Macht er dem Warride-King! Komm zu sehen! Ich weiß er nicht! Oh! Du musst oben bleiben, Dena! Oh! Oh! Da tipp jetzt! See ya! Ne, das ist doch mysteriös! Alter! Diese Mech! Alter! Ich hab's mir echt gedacht! Ich dachte, okay, ich bin jetzt mal so ein Bro und lass Käff in Ruhe! Ja! Und dann kommt er mir so! Eko, was war das für eine Haftbombe hier am Wegpunkt? Was? Haftbombe? Ja, das war nicht ganz so nett! Oder bist du hier zum Granaten? Ich kann nicht ganz so nett sein! Ich bin hinter dir! Ui! Egal wo ihr seid, ich bin hinter euch! Das ist euch klar! Und ich schieß euch ab! Ich mach euch kaputt, wenn ich komme! Ist euch das klar! Ich hab nix hier, Mann! Leute, ihr müsst uns beeilen! Die Ramble-Maschine! Dena ist unterwegs! Die Frage ist, wo ist es easy, wenn es zum Ramblen geht? Ramble, Ramble! Ramble, Ramble, Ramble! Ich mach euch kaputt, Leute! Fresh, die ist auch mit am Start! Ey, ich hab grad so keinen Plan, wo ich hin muss! Ich auch nicht! Was ist das für ne Map denn hier? Ich weiß nur, Kev und ich haben mir früher Challenges gemacht! Mit einparken ohne zu gucken und sowas! Äh, mit rumfahren ohne zu gucken und sowas alles! Vielleicht kannst du dich doch daran erinnern, Kev! Wer ist denn vor mir? Cool! Kev, kannst du dich an die Challenges erinnern, wo wir hier rumgefahren sind? Und der eine musste den anderen leiten und wer schnell den anderen hier raus manövriert hat! Hol! Hä? Wo gehst du denn hier lang? Lol! Ach so! Du musst den WarRide oben nehmen, im WarRide durch die Brücke und dann weiter WarRide nehmen! Hä? Autsch! Ate, du musst den Autowarsch bekommen! Ah, ich bin bei euch wieder! Alter! Hä? Oh! Zu viel Boost! Hä, wie kommt ihr denn in den WarRide rein, bitte! Wie zur Hölle kommt man dir dann in den WarRide rein? Ach, da ist der WarRide! Ich schaffe es! Ich schaffe es! Ach, hier an seiner Seite, okay! Ich bin die ganze Zeit komisch gefahren! Alter! Er hat den WarRide-King ausgezogen! Er hat den WarRide-King ausgezogen! Jawoll! Hast du schon gewonnen? Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Du hast noch nicht gewonnen! Du hast den WarRide-King geblockt, Alter! So süß das auch! Ey, du warst hinter mir! Das war die zweite, wo ich schon war! Weil ich nicht weiß, wo ich hin muss hier bei dem Scheiß! Ah! Ich schwöre, ich war's! Fass, schweiß! Wuuu! Was, für ein erster Platz? Ja, ich bin explodiert und muss jetzt zum Wegpunkt fahren jetzt! Ha 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 ha! Das kriegst nicht! Oh Mann, ey! Ey, ich bin zu Käse gefahren! Hey Marvin! Das Scheiße funktioniert gerade! Haha, Wiko, das tut mir überhaupt nicht leid! Wohin jetzt? Die Map ist aber wieder Affengeil! Ah! Ah! Jetzt kann man doch endlich wieder... Oh, du musst da, glaub ich, an der Seite lang! Nee! Oh, oh! Das Käff! Zweite Runde! Okay, es sind ganze zwei Runden! Zwei Runden sogar! Serious wie, Alter? Ich hab's so hochgeschaut! Aber ja, Dena, ich kann mich an die Challenges erinnern! Jetzt kannst du dich erinnern! Nach zehn Minuten! Ich hab die Frage vor zehn Minuten gestellt! Ich hab die Frage vor zehn Minuten gestellt! Das war eine unmögliche Challenge! Und die ganze Zeit konntest du dich nicht erinnern! Das ist traurig! Doch, ich konnte nicht! Ich hab mich nur konzentrieren! JOL! Yo, wer ist denn hier unterwegs noch? Alter! Wo muss ich denn hier hin, Alter? Wo muss ich denn hier hin, Alter? Ich check nicht, wie die Scheiße funktioniert! Machen wir gerade immer noch denselben Warride, oder? Ja, ich bin auch immer noch bei der Schöne, wo du bist! Ja, man muss den zweimal fahren! Man fährt den einmal zurück und dann wieder! Was? Ernsthaft? Ich muss den immer noch hinfahren! Das kann doch nicht wahr sein! Die eine Strecke ist nur ganz kurz! Lolololololol! Ach, wirklich? Ey, das kann nicht wahr sein, Alter! Wie, du bist richtig am Tryharden, oder? Ich fahr ganz normal! Was ist denn los mit dir? Was ist denn überhaupt los mit Deko? Deko ist hier heute keinen Complex-Touch gegessen! Wer vor Kev fährt, ist am Tryharden, Marvin! Da musst du dich gewöhnen! Das kenn ich auch! Hallo Deko! Aber ich muss sagen, ich find's jetzt mittlerweile cool! Kaum ist Deko nicht mehr erster, fängt da auch so ein bisschen zu meckern! Mal witter! Deko fängt ein bisschen an zu meckern, kaum ist er nicht mehr erster! Das find ich immer witzig! Das ist doch jeden Zorn! Ey! Ich hab keinen Plan, wie diese Scheiße Map funktioniert! Aber wieso fährst du den selben Warride wie ich, wenn du mir nie angezeigt wirst, als äh... Nein! Ich war viel weiter als bisher! Ich wurde überrundet! Mal Bossa! Was hast du... Überrundet wurdest du! Von Kev auch, oder wie? Ja, ich bin jetzt auch hier! Oh nee! Kinder wird überrundet, Leute! Nein! Ich hab geklappt! Au! Hallo Deko! Während ich in Erinnerung von den schönen Challenges schwimme! Währenddessen werd ich überrundet! Ich hab es geschafft! Oh! Alter, ich war kurz kaputt, aber nicht geschafft! Alter! D! Nee! Nee! Ich wollte schon Dehner sein, aber das verstehe ich auch! Oh, man sieht's! Ich bin ja ohne! Nerv doch nicht! Was ist denn dein Begehr? Er ist jetzt bockig! War komplette Absicht, Marvin! Oh! 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 Jetzt überdreh ich mich auch noch! Please! Oh! Da ist ja ein scheiß Mülleimer! Ach nee! Das war ne... Kein Kanister! Okay! Es ist... Oh, sorry! Wie... Digst mir den Dick hier versaut! Nein! Schnell am Deko vorbei, bevor er mir die Reifen zerschießt! Ich seh, dass das so ballert! Was?! Wie?! Ich bin so geil angefahren! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ey! Hä?! 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 Es ist wahr! Es ist wahr! Er lebt! Es ist wahr! Wo bin ich jetzt hingelandet? Er lebt! Schaut mal, ich mich hier zu krass bedientstrolle mit Deko! Was? Man hätte da rüber... Was?! Oh Mann! Muss man an irgendeiner Stelle von den Warwrites so jumpen so komisch? Hast du... Ne, du musst einmal unter die Brücke beim Warwrites! Ohhhh! Nervt doch nicht! Ich war so weit und dann so was! Ich versteh's! Ich versteh's! Der Deko, der schafft es nicht! Der Deko, der schafft es nicht! Ey, es tut mir leid! Ich bin da ein bisschen Schaden pro, weil du hast dich da letztes Mal so geil als Warwrites geoutet und auf einmal kommt hier so ein Pille-Palle und... Ey! Der kann gar... Ist ja auch nicht so, dass der Warwrites schwer wäre! Ich weiß nur nicht, wie ich ihn fahren muss! Achso, du musst... Oh, jetzt fahr ich schon wieder hier irgendwo gegen eine Wand, Alter! Ja, du musst halt unten fahren! Relativ weit unten, aber nicht ganz unten halt! Ja, aber nicht unten, weil da ist eine Rampe! Achso, aber man muss hier aber an der Wand bleiben! Was? Das ist mir neu! Ich bin jetzt kurz vorm Ziel! Ich fahr den Warwrites ein drittes Mal! Ey, ganz ehrlich? Die ganze Zeit ist irgendwer im Weg! Ja, natürlich! Ey! Ne, ich hab grad ehrlich zum ersten Mal jemanden aufgehalten! Oh, Mann! Alter, das gibt's doch nicht! Das dritte Mal den Warwrites geschafft! Direkt bei First Try! Alter, wie machst du denn das? Ja, tanzig! Oh, Junge, jetzt nach hier! Du bist doch eine Maschine! Das geht doch gar nicht! Okay, ich will euch nicht weiter stören! Ich werde mich jetzt in den Spectator Mode begeben! Ey, jetzt bin ich schon wieder in diese scheiß Brücke gekracht! Und den anderen Leuten müssen helfen! Aua! Wir machen sowieso eine zweite Map! Also sind wir uns bei mir in einer Sekunde! Hä? Hä? Ach, da unten lang! Achso, jetzt hab ich total vergessen! So, Deko! Perfekt! Jetzt musst du tiefer! Jetzt aber ein bisschen nach oben! Tiefer, tiefer, tiefer! Ah! Ganz kleines Stückchen! Weil da unten ist ja noch diese komische Rampe! Hier, ähm, also dieser Konister, der bringt dich nach oben! Dena, ich guck dir mal zu! Ah! Ah! Warte, vielleicht können wir mal da... Ey, schelfen wir die Balls, Alter! Alter! Das geht aber! Dena, respawn, also wird das nichts! Mann, oh! So, Dena! Mann! Dena, du schaffst das! Ja! Super! Das ist echt hart! Ein Schrittchen zu tief! Ne, so wird das nicht! Das ist zu langsam! Dena! Ja, ich war doch schon im Meer! Oh! Oh! Dena, du schaffst das! Mann! Ja, ja, ja! Wahnsinn! Okay, Dena! In der Mitte, in der Mitte bleiben! Okay! Oh! Tief, 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 tief! Genau! Und jetzt... Ah! Ah! Was war das denn? Das wäre genau das gleiche gewesen! Du musst danach in die Mitte! Nein! Du musst danach auf die Mitte und danach wieder hoch! Oh, Dena! Das war so! Dena, der ist gut! Ah! Ey! Willst du mich kreuzweise ficken, Dena? Das kann doch nicht wahr sein! Du musst doch grad draußen! Der hat mir gesagt, bleib da stehen! Dann schaff ich's das erste Mal dahin und steht dein Ding da da... Okay, Dena, tiefer! Tiefer, tiefer, tiefer! Nein! Ja, ja, tiefer, 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 genau! Also, tiefer heißt links, ne? Ah! Alter, das war so gut! Und dann sterb ich da! Also, du wärst so gegen die Wand gefahren, du... Äh, mit tiefer meine ich nach links lenken halt so'n bisschen! Ey, jetzt bin ich oben drüber gefahren! Ich weiß! Jetzt bin ich random beim ersten Mal geschafft! Mach, Dena! Dena, das sieht richtig gut aus! Ich glaube an dich! Komm schon! Mann! Genau, jetzt tiefer! Oh! Bitte! Tiefer! Tiefer! Ja! Und jetzt hoch, hoch, hoch lenken! Oh! Komm, Dena, du schaffst es! Die kann es schaffen! Ah! Ne, ne, ne! 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 Es ist nicht wahr! Du hast dich überdreht! Was machst du denn da? Was? Du hast es geschafft gehabt! Er hat sich überdreht! Einen Millimeter! Oh! 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 Ul! Man Да! Und du weißt jetzt, wie das geht! Ich glaube an dich! Weil du schaffst es. Thiefer! hotsp eins! Oh! Ja, tues mir leid! Ey, ganz ernst, bei diesen komischen Rampen, die nach oben schießen sollen, dreh ich mich immer so wie so eine Spirale. Achso, drückst du da noch irgendeinen NumPet oder so, Leko? Nein, ich drück keinen NumPet. So, hier war ein NumPet 8 hier, das hilft eigentlich. Scheiße. Aber wem beziele ich das, dem WalRite-König einen WalRite-Tipp geben, was ist das hier? Nein, für den brauchen wir ja auch keinen 8. Ist bisher nur Kevin im Ziel? Der ist ja nicht irgendwie schmal oder sowas, oder dass man keine Haltung mehr hat. Okay, Dena, super. Jetzt in die Mitte. Ey, warum? Das Ding ist, du musst dir merken, nach dieser einen Kante von dem Container musst du richtig dolle nach unten lenken. Also nicht so, dass du mich verdrehst, weil die Brücke kommt halt relativ schnell. Ah, Mann! Schau mal, Dena weiß jetzt, wie das geht. Aber ist jeder in der zweiten Runde außer ich? Binst du auch schon fertig? Achso, du bist schon fertig? Also ich warte eben noch auf euch. Achso, weil sonst ist ja 30 Sekunden Countdown. Komm schon Dena. Das soll wenigstens einer von euch schaffen. Na, Dena hat zu viel mit gelenkt. Aber ich bin der Einzige, der jetzt noch in der ersten Runde ist, ja? Nein, ich bin auch in der ersten Runde. Achso, was? Du hast es ja auch noch gar nicht geschafft. Warum sind wir so schlecht, Deko? Ja, das ist wahrscheinlich vielleicht ein bisschen fähig am Anfang. Dena, jetzt nach unten. Jetzt Mitte. Hoch lenken. Und nach unten. Ja! Ja! Faaar, da war Deko! Deko! Revenge of the Warrior. Ey, schau mal, Deko, brauchst du überhaupt Hilfe? Oder du kannst das doch eigentlich? Nein, ich weiß, wie es geht, aber... Ich übersteh... Ich drehe mich ständig um meine eigene Achse. Jetzt dauernst du ne? Ja, super! Alter, war das knapp gerade! Alter, kaum guck ich Deko zu, kein Problem. Das sieht richtig souverän aus. Loll! Ey, Marvin, du bist so ein Dreck. Alter, Alter, Alter! Hat er dich runtergeschossen? Ne, hat er... War es doch so geklappt, oder nicht? Ich finde den Warrior-Jahren sind doch gar nicht schwer, aber es waren ständig irgendwelche Sachen, wo mich meine eigene Achse gedreht hat. Dena, ich coache dich jetzt. Fieber! Jetzt hoch! Jawoll! Und jetzt souverän bleiben! Nicht zu viel lenken! Ein paar Mal nach oben tippen! Ach, komm! Nein! Neee! Oh Gott! Du hast zu spät damit angefangen, nach oben zu lenken! Es war so knapp! Oh, Alter! Das war echt gerade zu knapp! Weil der geht ja immer ein Stückchen weiter nach unten, also nach links, und wenn du ganz bis zum Ende wartest, bis du im Zugzwang bist, gegenzulenken, dann überdreht er sich meistens. Dass er sozusagen zu viel ist. Wow! Wohin da, Alter? Jesse! Ja, warum tötet ihr euch? Was ist denn los bei euch? Dener, du setzt... Du hast mich! Dener? Ja, ja! Du setzt mal Boosts ein, oder? Ja! Ich würde dir vielleicht empfehlen, keinen Boost einzusetzen, weil du brauchst die einfach nicht, und je schneller du bist, desto weniger mobil bist du einfach. Okay, okay! Weil du brauchst die... Ja, hohen Kobold, ey! Aber am Anfang schon, oder ne? Nee, ich hab keinen einzigen eingesetzt, bei den ganzen Versuchungen. Alleiner mit schneller, man! Schneller erst mal, du! Du hast mehr Zeit, dich sozusagen auf die Richtung zu konzentrieren, nach links und rechts gegen zu lenken. Guck mal! Oh, wenn es jetzt weitergeht! Oh, schade! Alter! Oh, Mann, oh! Das ist doch scheiße! Lena, du wirst es schaffen, du warst schon so kurz davor, die ganze Zeit. Ich frag ihn auch nochmal! Ey, ich muss echt sagen, dieses WarRide-Ding hier läuft bei mir so rund wie ein Viereck. Da kann ich leider auch nur... Komm, ich doch schade, dass ich nach sechs Minuten durch war. Oder acht. Eigentlich ist es ja nicht schwer! Ich hab's ja zweimal, hab ich da auch fast. Okay, Lena! Mitte, 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 Mitte bleiben! Jetzt ein bisschen tiefer! Jetzt Mitte, Mitte, Mitte! Tief! Ich hatte keine Kontrolle mehr. Okay, egal. Wir coachen nicht jetzt! Wir müssen den Denas Song machen! Mavi, wie geht's den Denas Song? Den Denas Song? Der Denas Song! Irgendein Song, wo Denas vorkommt! Denas! 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 Alle haben es geschafft. Alle haben es geschafft? Ja. Ich fahre jetzt gerade zum zweiten auf den Warhol zu. Nein, wir wollen noch nicht den zweiten. Ich will noch den zweiten schaffen. Den zweiten müssen wir es auch noch schaffen. Okay. Okay. Ups. Weil ich dachte, eine zweite Map machen wir sowieso. Ja, machen wir doch noch. Oder nicht? Dena. Was ist das? Doch, doch. Hätte klappen können vielleicht. Aber dieser Dena-Song. Ich glaube, wir müssen uns... Ich brauche jetzt irgendeinen Songtext. Ich brauche jetzt irgendeinen. Dena cheatet voll hart. Hä? Ja, du musst da rüberfliegen über die Kante. Hä? Aber das habe ich nie gemacht. Ach so, das ist immer noch in der Runde. Ich bin doch nicht mehr in der zweiten Runde. Oder wie? Ja. Die ist auch One-Zone. Und dann links an die Seite. Genau. Ist ja easy. Ja. Aber ist cool. Easy. Okay, ich schmeiß jetzt Google an. Was ist ein guter Songtext? Ich fand der gerade immer super. Und deswegen habe ich auch geschafft. Songtext. Ich fand meinen E-Mark-Adena gar nicht schlecht. E-Mark-Adena. Ey, der ist gut. Den behalten wir. Ah, jetzt bin ich in der zweiten Runde hier. Ich weiß nicht, mich drinkt sehr... Mach-A-B-I, 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 Mach-A-D-E-N-A. Nein, Wall-of-Fame. Mach-A-D-E-N. 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 Hey, Mach-A-D-E-N. Alter! Alter! Mach-A-D-E-N-D-E-N-D-E-N-D-E-N. Mach-A-D-E-N. Mach-A-D-E-N-D-E-N. Mach-A-D-E-N, Mach-A-D-E-N. Ich fall lieber ins Bär Sooo Und ich komm langsam zum WarRide Jungs Ich bin gespannt Dena, ich glaub an dich Ich glaub's auch You need the Dena Wie geht dieser Song? Ist echt voll cool die Schrecke eigentlich muss man sagen Ich find das auch voll krass wie cool die diesen natürlichen WarRiders integriert haben Find ich super duper toll Hä ach ich muss jetzt schon zum WarRide? Ach hier beginnt er, okay ich glaub schon wo beginnt er? Dena du kannst es Okay Ich bin im WarRide Jungs, ich bin Reino, okay? Warum willst du ins Ziel fahren? Will ich doch gar nicht, ob du kümelst mich hier an, dann willst du ins Ziel fahren Nein, ich wollt dich ja benachten, nein Jungs first try Geschafft Jungs first try Nice Nice Wahrscheinlich weil der Song immer noch vorgehalten hat Der Song ist immer noch in meinem Ohr gewesen, das ist ein Ohrwurm Gott sei Dank Aber diese A-Makadena Jungs, dann fahrt jetzt Ziel und ihr schafft nicht mehr Eko ist und bleibt erraschig 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 Eko ist und bleibt er nicht mehr mit der zweiten Map. Es ist eine WTF-Retstum. Denn die Rockstar Social Club Waxe sind gefixt worden. Denn Mabossa konnte wieder geile Maps raussuchen. Endlich! Jawohl, das war aber auch... Warum steht mein Wagen dann im Wasser? Was soll das, Lungs? Habt ihr denn hier geparkt? Mann, Mann, Mann. Ich weiß Bescheid. Und was ich noch mal sagen wollte, wenn ihr die Maps selber zocken wollt, dann schaut doch mal Barin Lusos vorbei, weil der Mami sich die Mühe macht, die Maps mal rauszusuchen. Haben die die auch in der Beschreibung. Das heißt, da könnt ihr die einfach anklicken und selber zocken. Genau, können wir mit euren Freunden zocken. Jetzt machen wir aber erstmal den Weg, weil der letzte Folge so frech war und vor mir ins Ziel gefahren ist. Ja. Warum hab ich nie Superstar? Und hopp! Weg! Alter, was da los? Alter! Junge, ist das mein Get-Uter-Zentono? Nee, ist eigentlich aus. Warum bin ich so schnell? Alter, ich komm gar nicht drauf klar hier. Hallo? Du Dick war mir vorbeifest. Wirklich ohne was zu machen. Aber hör auf mich, lass mich Ruhe. Aber der Dena rammt nicht, ne? Nein, ich ramm dich nicht. Du hast mich. Alter. Ja! Ich hasse Spiralen! Alter, wie tief das hier runter geht. Ich hab das eigentlich... Oh, shit. Ich war fast fertig. Nein! Ah! Fast fertig, da oben geht's... Nein, ich hab's nicht fast geschafft. Dena, was machst du denn da? Ey, ich... Dena! Ich seh nix! Ja, gar nicht. Alter! Wie wir alle hier rausfliegen. Ich hasse Spiralen. Nein, wir sind so hässlich. Ich hasse es. Ich check das immer nicht, wie wir alle fährt. Also nach oben geht's ja noch... Alter! Ey, man muss in der Spirale relativ mittig rauskommen. Noch eine? Ach nee, dann kommt die Mamba nach oben. Die Mamba! Ups! Dena, was machst du da? Ich hab gedacht, dass das so crazy-swazy ist das hier. Ups! Na, was machst du da? Ah, ich mach gar nix! Au! Ey, Deko fährt die ganze Zeit alleine. Das ist so'n Vorteil. Ja. Ey! Ich hab ne... Dena, brauchst du einen Führerschein oder was? Was machst du denn hier? Ja, Frau, ey. Dena, Führerschein kannst du gar nicht machen. Krieg jeder da. Wo, wie, was? In Bulgarien, im Führerschein für ein paar... Hallo, wer ist hinter mir, Martin? Ah, Mama! Also ich komm nicht klar hier. Jetzt kriegen wir's, jetzt kriegen wir's! Jetzt hab ich... Ich muss aber sagen... Alter, die Mamba ist gar nicht... ...geiler. Jetzt weiß man auch wirklich, welche Farbe man hasst und welche man mag. Mann! Ich hatte die Scheiß-Spirale schon geschafft! Und dann hört die einfach auf auf einmal, was ist denn da los gewesen? Ja, da ist die Mamba! Hä? Also ich find... Oh, serious? Nee, wie hoch ist denn das Scheiß-Ding? Ich finde, am schwierigsten ist es, vor der Spirale in die Mamba zuhren. Die Mamba ist ja richtig hoch! Was ist das für ne Mamba? Ich weiß nicht mal, was ne Mamba ist! Und ihr sprecht einfach über die Mamba, als ob es ne Mamba wäre, wie jeder Kind! Was ist das für ne Mamba? Ihr habt auch letztens diese Map mit... ...dieses hohe Kreis ohne Ding in den Himmel, was höher war als die... Ja, diese Snake heißt das doch! Das ist ne Mamba! Das ist ne Mamba? Ja! Die hat nochmal diese Snakes on the Hochhaus! Ja! Hat das schon irgendjemand geschafft? Snakes on the Hoof! Snakes on the Hochhaus, wirklich! Snakes on the Hochhaus, wirklich! Habt ihr es schon geschafft? Äh! Ah! Nein, keiner hat's noch geschafft! Keiner hat's geschafft! Auf die Füße! Ich dachte, das wäre richtig easy, aber das ist ja doch ein bisschen schwierig! Aber das ist ne geile Map! Alter! Also ich finde es cool, einfach die Idee, weil sowas hatte man noch nicht, ne? Oh! Ich bin doch den Ding auf den Ball gezogen! Nein! Oh! Hier oben ist doch ne Spirale! Was? Was? Ich hab's! Ich hab's! Was? Er hat's! Ich komme aber nicht auf den Mamba drauf, Marvin! Alter! Ich war doch kein einziges Mal auf der Mamba drauf! Marvin, hast du noch einen Tipp, wenn man auf die Mamba draufkommt? Nicht ganz so sch... Nicht so ganz... AAAAAAAA! Nicht so was? Nicht ganz so schnell sein! Ich bin... Ich hab ziemlich krass abgebremst zwischendurch! Damit man locker easy drauf fährt! Alter, ich sehe einfach normalerweise immer nicht mal... Man rutscht einfach so weg irgendwie! Ich flieg einfach aus der Spirale immer schon raus! Ja! Ich auch vielleicht! Drückst du irgendein Num-Pad oder so? Nee! Und ganz oben ist... Ist nochmal ein kleiner War-Ride! Huuuuhuuuuhuuhu! Ich war zum ersten Mal... Leicht in der... Alter! Ok, Dana! Ich sehe das für die Challenge von uns beiden! Weil ich muss echt sagen... Das wissen... Das... Weißt du auch... Diese Snakes... Das ist mein Zenith! Das ist auch... Was ist das? Dein Speed? Also... Sag man, dass die Schwäche ist ein Kryptonite-Typ hier! Ein Kryptonite! Ich hasse das, Alter. Diese Spiralen gehen mir so auf. So, und ich bin schon wieder hier. Ab geht's. Was? Das sind nur die Spiralen? Dann war's das? Nee, ja. Dann wartet wenigstens auf uns. Was? Ich bin überhundet worden? Ja. Ey, Marvin wills mich verarschen. Ey, es sind nur acht Runden. Nur acht? Oh, ich bin in der Mama drin. Ich bin in der Mama drin. Was passiert nach der Mama? Was ist das? Da kommt ein kleiner Spiralen-Wall. Ihr habt's geschafft! Oh mein Gott, ihr habt es geschafft! Ich hatte es nicht in die Worte fassen. Oh mein Gott! Ey, ich bin noch kein einziges Mal, herzlichen Glückwunsch, Lena, richtig auf die Mamba draufgekommen. Ich weiß nicht, ob das gehen soll. Ich hab den Scheiß beim ersten Try geschafft. Was? Beim zweiten Mal. Marvin, nein, ich hab aufgeschafft, bin aber oben nicht auf die Scheiß-Rampe gekommen. Müsst ihr mal einen Tipp geben, Leute? Ich hab keine Ahnung, wie ich auf die Mamba richtig draufkomme. Du musst halt ganz links sein, damit du auf die Mamba draufkommst. Hiko wieder mit seinen Eicheltipps, Alter. Ey. Okay, aber jetzt hab ich's auch recht easy. Jetzt bin ich ausgeregt wieder auf die Mamba drauf. Oh, jetzt war ich beim WarRide-Shit. Erster! Habt ihr ein NumPet gedrückt? Ne, ich hab oben beim WarRide-NumPet abgedrückt. So, ich warte hier wieder vor dem Ziel. Ah, bist du jetzt auch schon im Ziel? Ja. Oh, das ist so. Ich will's wenigstens einmal schaffen. Dannach... Typos. In der Spirale jetzt abbremsen. Ja, stimmt. Das hab ich auch gemacht. Ich fand das, du chillst doch. Ja, ich hab... Bevor wir auf die Mamba... Alter, zu viel abgebremst. Da konnte ich gar nicht mehr lenken. Ja, bevor ich drin war, hab ich schon abgebremst. Also so, okay. Okay, okay. Ob das der Genius-Tipp ist? Also ich hab nicht abgebremst, ich hab so ein bisschen weniger Gas gegeben halt. Ja, siehst du? Du bist doch drin, du bist drin, du bist drin. Ey, das ist ein Passagspieler mit den Raketenwerfern. Fahr mal unfair mal, Bossa. Alter, ich hab doch gar nichts getroffen. Oh, geschafft. Alter, ich schaff's vielleicht noch ein zweites Mal. Das war ein geiler Tipp. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ah. Man hat echt manchmal so eine spezielle Techniken, die haben einfach irgendwie mehr liegen und weniger. Ah. So. So. Hallo, Dana. Was? Alter, wie fährst du denn hier auf? Äh, bin normal. Marvin, du musst jetzt abschießen. Ich komm hier nicht. Das dauert ja noch länger. Das hast du davon. Warum? Ich wollte Dana nämlich töten. Okay, dann lass mich erst noch versuchen. Gib mir drei Versuche hier. Oh, zweiter, zweiter, zweiter. Dana, was machst du denn da? Der Marvin wartet doch noch. Ey, ich hab's doch gesagt. Marvin war ja schon zum zweiten Mal gerippt. Was heißt gerippt? Ich bin aber zu freundlich. Gerippt bist du, Marvin. Okay, na, ich wollte es doch auch noch mal schaffen. Ich wollte einfach nicht wieder nur dritter werden. Dann fahr ich jetzt auch erst mal vorbei. Mal boss, da ist die Runde echt ein Sportsmann und wird hier von allen Seiten ausgenutzt. Ey, und ich schaff es hier auch noch First Try und ich hätte es auch noch nicht geschafft. Boah. Alles, einmal war D der Asi und einmal war Dana der Asi. D und D. Das ist hier ein... Das verzeichnet sich aber. Oh, ihr müsst mir verzeihen. Ich hab 18 Minuten für die letzte Map gebraucht. Ein Falsch-Däner. Ja. Wir haben gewartet. Naja, egal, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben. Wenn ihr tippt habt, schreibt die gerne noch in die Kommentare. Wir lesen das alles durch. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Schaut ihr in der Beschreibung. Da sind alle Kanäle. Und macht's gut. Bleibt geil. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis in drei Tagen. War's gut. Ciao, ciao.